Hey Leute, hier habe ich euch jetzt Helios bzw. Helios Prime mitgebracht. Der Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich, naja, nur dass der Helios Prime ein bisschen mehr aushält, weil er mehr Gesundheit und Rüstung hat, aber an sich, das ist vollkommen egal, welchen ihr ausgerüstet habt. Meiner Meinung nach ist Helios mit auf Platz 1, was die normalen Wächter angeht, weil Carrier benutzen wir, wenn wir Waffen dabei haben, die Munition verbrauchen ohne Ende, Helios nehmen wir mit, wenn wir irgendwas scannen wollen, und Diriga nehmen wir mit, wenn wir Damage sparen wollen bzw. ein bisschen die Gegner stunnen wollen. Von daher, die drei sind auf Platz 1 und direkt an erster Stelle kommt Aufspürer rein, was bewirkt, dass Helios alles scannt innerhalb von 50 Metern über 2 Sekunden, was wir noch nicht komplett in unserem Codex drin haben, und das verbraucht eine Aufladung von unserem Scanner. Bedeutet, wir müssen hier den Scanner ausgerüstet haben, am besten den Synthese-Scanner, weil da können wir ja von Symaris das Soul-Batterie-Widget reinmachen, was bedeutet, ihr seht es jetzt links, ich habe unendlich viele Scanner. Ja, und was habe ich weiterhin drin? Ich habe weiterhin drin, kalkulierte Umlenkung, Anheizen, Vakuum, Beschützer, Schildlader, verbesserte Vitalität, Metallfasern, tierischer Instinkt und Zielempfänger. Bei Zielempfänger haben wir 10 Meter Angriffsreichweite und 3 Claves, könnt ihr mehr oder weniger ignorieren, weil das spielt nur eine Rolle, wenn wir mit der Dekonstruktor spielen, also die spezielle Waffe vom Helios. Weil da verschießen wir dann die Einzelteile vom Helios und das sind dann halt eben kleine Claves. Anheizen skaliert nur auf unseren Wächter-Waffenschaden drauf, wenn wir auch Hitzeschaden vermottet haben. Und da wir meistens die Dekonstruktor oder die Wullclox spielen, gehe ich gerade auch nur auf diese beiden ein. Falls ihr die anderen Waffen wissen wollt, müsst ihr ja selbst nachschauen. Aber Dekonstruktor und Wullclox sind direkt aufgeheizt bei 100%, also plus 60% Hitzeschaden dann und haben keine Abklingzeit, was bedeutet, wir haben die ganze Zeit unseren Buff. Gut, ja, Zielempfänger kann man rausmachen, stattdessen kann man dann noch irgendeinen anderen Mod reinmachen. Genauso kann man Anheizen rausnehmen, man könnte Schildlader rausnehmen, man könnte sogar den Schildmod rausnehmen. Das sind alles flexible Mods und stattdessen könnten wir dann Sachen reinmachen wie Aufopferung, Primed Erneuerung, Kühlmittel-Eck nicht, weil der einfach nur schlecht ist, Schutzort könnten wir reinmachen oder wir könnten auch überlegen, Schwachstelle entdecken reinzumachen. Wenn wir den drin haben, auf maximaler Stufe, bekommen wir plus 275% Bonus-Damage, also das ist dann fast dreifacher Damage, den wir machen. Und dann fängt hier ein Gegnerteil an zu leuchten. Aber das dauert dann weiterhin zwei Sekunden und funktioniert nur, wenn die Gegner bereits vollgescannt wurden. Und nein, man bekommt keine Simaris-Punkte damit, falls das gerade einer denkt. Gut, ähm, ja, also kann man reinmachen, aber dann stellt sich mir die Frage. Wenn wir eine Mission machen, in der wir bereits alle Gegner gescannt haben, so dass dieser Mod Sinn machen könnte, ich sage nur Sinn machen könnte, dann nehmen wir doch nicht den Helios mit. Ist mal meine Meinung. So, falls ihr jetzt noch wissen wollt, wo man dieses Batterie-Widget, wo ich eben gesagt habe, herbekommt, oder auch diesen Mod, den ich euch gerade gezeigt habe, das ist dann auch wieder von Simaris. Und springen wir da jetzt einfach mal ganz schnell hin. Das wäre dann hier. Hier sind unsere drei Widgets. Und hier ist der Schwachstelle entdecken Mod. Gut, viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr zum Helios zu sagen. Wie bereits erwähnt, bei Schwachstelle entdecken 275% ist unser Damage-Multiplikator. Und, ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.